Robert Lewandowski erlebte beim FC Barcelona eine überwältigende Präsentation. Unter frenetischen Sprechchören betrat der Pole den Rasen des legendären Camp Nou. Knapp 60.000 Anhänger ließen sich von Lewandowskis Tricks verzaubern. Es war unglaublich, meine Emotionen bei der Präsentation. Ich bin so glücklich, dass es schwer ist, Worte zu finden, um es zu erklären. Der Superstar wird die Nummer 9 von Memphis Depay übernehmen. Auch in seiner Zeit bei Bayern hatte der Stürmer schon die 9 getragen. Ich war acht Jahre bei Bayern, aber für mich und meine Familie war es der perfekte nächste Schritt. Ich möchte in den ersten Spielen der Saison meine besten Fähigkeiten auf dem Platz zeigen und die anderen Akteure dank meiner Erfahrung zu Höchstleistungen ansporen, erklärte der 34-Jährige bei seiner Vorstellung. Richtig ernst wird es für den Polen am 21. August zum Ligastart bei Real Sociedad.